Servus und willkommen zu einer Runde TTT mit Josh, Jan, Jetzt habe ich mal Jan-Heil gesagt. Daphnis, Feuerherz und Schiri, Schiri, Schiri. Schiri, Schiri, Schiri. Wieso ist hier Blut? Die Kühe haben auch ein bisschen Schärflagen. Ich sage auch mal, Hanna, es wurde nicht genannt. Magnus! Oh nein, Magnus, tut mir leid. Magnus, Kühe schubsen? Kühe schubsen. Das habe ich bei Facebook als Lieblings-Sportart. Wer ist das da? Wer ist das hier? Das gibt es wirklich bei Facebook als Lieblings-Sportart. Cool, ey. Das ist ja einfach da. Kühe schubsen. Oh, das tut voll weh, das Messer. Hey, hör auf. Das ist was zu schärfen. Wo schubst du die Kühe? Hey, komm, meine Kühe, Freunde. Das ist nicht gut. Ja, auch Kühe schubsen. Komm, Magnus, komm. Ja, wo seid ihr? Ja, wo seid ihr? Oh, ja, das ist Magnus. Wenn ich sterbe, was dann? Ja, ich weiß. Josh, hallo. Immer diese Sprüche, wenn ich sterbe, was der und der. Siehst du uns gleich. Aber ich sterbe gleich. Kann sie mit Magnus dich hochheben? Ja, das... Ich bin fast tot. Hä? Ich kann meine nicht hochheben. Wieso geht nur die eine? Die eine was? Wow. Magnus hat Magie. Nein. Komm, wieder hoch. Nein. Was ist mit der Kuh passiert? Nein. 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 Nein, wir haben sie verloh. Es ist kein Grund, den Kopf in den Boden zu stecken. Marco. Ach, da unten sein. Bodo. Josh, ich habe wieder die Cat Gun. Ich habe auch eine Cat Gun. Miau. Oh mein Gott. Miau, 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 miau. Ah. Okay. Eskaliert hier mit der Katze. Josh eskaliert aus Prinzip. Hier ist jemand tot übrigens. Wer denn? Ich weiß ja gar nicht, wie ich zu euch runterfahre. Und Schiri. Aua, das Schwert macht Schaden. Sie könnten aber auch leider tatsächlich an Leiter damit schreien. Nein, das ist ein anderer Tod. Da ist Jan. Au. Das könnte Prop tot sein. Er hat das Schwert ja runtergeschmissen und ist dann runtergegangen. Wow, das Schwert so stark. Alter, geh weg mit. Ich habe 40 Schaden verloren wegen dem Schwert. Ich habe auch 18 verloren. Magde. So, Leute. Oh Gott. Elif ist in meine Klinge reingerannt. Ich bin es nicht schuld. Ich stand noch auf der Treppe. Sie hat meine Klinge berührt und sie war halt... Aua, au, 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 au. Ich dachte, das wäre... Nein, das wäre so... Ja, aber die Klinge fühlt sich im Gesicht. Nein, du bist ein dick. Ich habe auch... Aua, ja, 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 stopp. Hä, bin sie nicht? Missa, ich? Wo denn? Ja, wo denn? Wo ist Jan? Ich weiß nicht. Ich schwöre. Magnus hat gerade geschossen. Magnus. Ach. So, ich habe Magnus ungebrochen. Wo? Ja, Mann, ich hatte das Gefühl, du warst direkt neben mir. Deswegen hatte ich dich halt gecallt. Iri und ich sind da irgendwelchen komischen Zombies gestorben. Ich fand... Ja, die habe ich da runtergefallen. Wir bleiben ganz entspannt, am Ende noch Feuerherz töten konnte. Das ist ein Season 2. Verstanden. Alter, schade. Ja, Mann. Schöne minus 7. Safe call. Aber ich habe auf Mr. High geschossen. Du hast wahrscheinlich vorher an einem Kollegen mit dem Schwert ein bisschen aktiver Damage gemacht. Ich habe das Schwert nicht gehabt. Ich habe die ganze Zeit... Du hast es nicht angehört. Das ist das Problem. Du hast das Schwert nicht gehabt. Ich hatte es auch nicht. Aber okay, ich habe auch gut. Jan möchte das Spiel mit mir spielen. Nein, ich habe ein Disco in der Hand. Ich habe ein Disco in der Hand. Ich habe ein Disco in der Hand. Was ist das für eine Disco? Ja, siehst du? Er wollte das Spiel mit mir spielen. Jan, Jan, Jan ist so... Ich... 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 Hätte ich nicht gecallt, hätte das so an meinem Arsch geklebt. Junge. Magnus. Ah, ich vertraue Jan nicht mehr, die Runde. Der kriegt gleich ein paar Katzenkneule in die Haare. Davor warst du genauso. So Jan, Jan, Jan und im Endeffekt was backen. Nein, Jan... Wer hat denn die Waffe eigentlich... Wenn ich Jan... Wenn ich Jan... Okay, Elive versteht es. Josch kommt mich einfach aus Prinzip. Elive ist auf meiner Seite. Also ist sie dein Tierkollege. Okay. Elive und Jan sind es. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Nächster habe ich auch einen Jan schießen hören. Da ist er Jan ganz bestimmt. Ja. Ja. Warum kann ich das Ding... Jan! 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 Wir tun jetzt alle so, als würde Josch24-Sieben-Jan schreien und dann... Magnus! Hallo, Alive! Ah, du? Momentchen, 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 Momentchen! Na bitte! Was macht das hier? Wer hat sich denn da einen Pinsel an den Haaren? Magnus, du sollst doch keine Privatbilder hier reinpacken. Das ist von meinem Vater. Achso. Nein, das ist... Schöne Grüße. Grüße! Grüße gehen raus an Papi! Grüße gehen raus an Papi! Am Vatertag! Am Vatertag! Am Vatertag? Scheiße! Das ist wirklich gerade Vatertag, das ist ziemlich sad. Ach, scheiße, ich geh wieder raus. Nein! Die Walther! Nein! Ich will die Walther! Ich will dein Gesicht nicht, hallo, nice. Ja, Magnus! Lass mich doch durch! Dann komm durch! Komm mal her, kuscheln! Nein, nein, ich mag das nicht. Wurde doch die Walther? Ne, ich mag mal die Sword auch. Jetzt muss ich gekuschelt werden, weil ich gekuschelt wurde, verdammt. Das kommt immer einfach mal, bis ich absehe. Oh, noch mal, warte. Bleib doch stehen, wenn du noch mal bist. Ist was drin? Alive. Das hätte man besser machen können. Komm mal mit rein. Oh, nein. Okay, okay, okay. Wieso? Ich will auch. Ich will auch. Siehst du dieses Bett? Ich will auch. Lass uns alle ins Bett. Gute Nacht. Alle ins Bettchen! Nein, hier geht keiner ins Bettchen jetzt. Wir sind mitten in der Aufnahme. Ja, Leute! Was ist da für eine Professionalität hier? Ja, richtig. Ich bin aber müde. Hä? Oh mein Gott, irgendwer schießt hier auf Feuerherz! Magnus ist! Magnus ist! Magnus! Bist du dir da sicher? Aua, nein, ich bin noch im Tee. Ich bin noch im Tee. Ich habe Magnus. Ich habe Magnus. Ich habe Magnus. Äh, Shiri. Was? Nein. Äh, ich habe doch gerade Poisen bekommen. Okay, Shiri. Okay, Shiri. Hast du noch Poisen-Effekt? Hast du noch Poisen-Effekt? Ich habe gerade Schaden bekommen, ja, und Shiri statt hinter mir. Shiri war es. Und Dams hat die Leiche confirmed, hoffe ich. Jan war auf dem langen Gang und ich war auf der anderen Seite des Hauses. Also Jan war da an der Leiter. Ja, ich habe den Tee gemacht, also easy. Ja, noch von euch ist es. Ja, dann macht euch doch gegenseitig. Jan und ich waren halt nicht around. Also, safe call Shiri oder was? Okay. Ich weiß ja nicht, aber sie stand auf jeden Fall hinter mir. Wo ich dann halt Schaden bekommen habe. Das weiß ich nicht. Schiller, die ist gerade ein bisschen... Hallo? Ah! Ich glaube, es wurde gerade auf mich geschossen. Nee. Es ist... Hallo? Dams ist es. Hä, ich habe den Tee noch gemacht. Das hast du schon mal mit mir gemacht. Ich habe den Tee gemacht. Ich habe den Tee... What the... Aber Leif wurde gerade von Dams erschossen. Dann mach ihn. Ich bin's aber den! Okay, die hält mich wohl. Oh, die Waffe ist echt scheiße für sowas. Ja, man auch. Ich bin nicht schlecht. Du bist es nicht? Doch, du bist es. Aber du kannst revive werden. Das ist ja klar. Nein, das stimmt gar nicht. Kitty Cat Action! Oh, ich habe keine Waffe. Ich habe doch keine Waffe. Ich habe doch keine Waffe. Crowbar-Duell! Crowbar-Duell! Ja, okay. Nein, warte. Smoke. Smoke und deine Crowbar. Nach Jan! Mann, das war meiner! Hast du verdient. Hier, fang die Katze. Du hast den Kill doch gekriegt, oder? Nein! Oh, Marc, du bist einfach... Ja, dann am Zombie doch. Dann am Zombie. Aber du hast von hinten geschossen, deswegen dachte ich, du hättest ihn gekriegt. Ich habe auch geschossen, aber ich habe nicht den Finishing Blow gelandet. Ich glaube ich auch nicht. Ich habe auf ihn geschossen. Das Beste war halt, ich habe... Ich habe bei Feuerherz halt voll auf den Kopf gezielt. Bestimmt ein halbes Magazin rein. Ja, hab ich gesehen. Kippt nicht um. Und keiner schieß auf dich. Ich dachte so, hä, warum schießt der keiner auf dich? Ja, ich dachte halt eigentlich, dass hinter mir derjenige, das direkt peilen müsste oder so? Ja, hab ich auch gedacht. Aber nein! Sojan! Ja, 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 ja! Dumps, du guckst mal weg! Du guckst mal weg! Du guckst mal weg! Ja, 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 ja! Oh mein Gott. Das hat jemand, das hat mir mal einen Launcher gekauft gerade. Hä? Irgendwann hat einen Millennia Launcher. Ich war bei der Nase, ich war's nicht. Aua! Ich habe live im Verdacht. Lauf dich in Gruppenbom. Weil ich den immer benutze, ne? Richtig. Ehm, wie gesagt, irgendjemand hat einen Melanarcher gekauft, weil dann kommen ja Funken aus allen Waffen und ich hab Funken bei mir gesehen. Was? Hey, was hab ich die dann nicht gesehen? Also ich hab bei mir welche gesehen. Ich hab die auch gesehen. Bist du dir sicher? Ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Ich auch. Melanarcher auf jeden Fall im Game. Hundertprozentig. Ja, 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 ja. Ich glaub jetzt, ach scheiß, schon wieder jemand? Mann! Ey Jörg, du kannst mir irgendwo jetzt vertrauen, ne? Ja, Dumps war halt in der Nähe, ne? Achso, ja, ok. Das war halt so. Soll ich denn nicht happy Triggerfinger bin oder was? Ah, au! Hä? Was war das denn? Ich bin aufs Schwert gehüpft. Jan meinte, Jan, Jan meinte mit den Füßen zu craften. Das funktioniert nicht. Versuch's mal live, versuch's. Nein, Jan, du kostest mir schon wieder ein bisschen klar. Kann man ein Tee hierher kommen und den Teegang hier aufmachen? Das ist doch so was von dem Teegang hier. Ein Schuss? Wieder ein Schuss? Nein. Oh, Herr Kahn! Jan, bitte! Oh, nein, Mann! Wer hat es geschaffen? Jan! Bitte! Jan! Okay, Jan ist es also. Okay. Das kann gar nicht sein. Jan aufzufressen! Das kann gar nicht sein. Oh, Jan, Jan, Jan! Okay, Jan! Boah! Okay! Also, ich hab draufgeschossen. Ich auch. Ich stand hinter ihm. Ich hab draufgeschossen. Ja, Dumps. Gashi! Geproof, komm mit! Mal ablassen's gehen! Okay! Ich würde jetzt gerade was Dumps und ich habe beide auf. Jan lebt wieder! Jan lebt wieder! Jan lebt wieder! Oh ja, Jan lebt! Oh nein! Nein! Irgendwie... Okay. Er ist nicht mehr draußen vor der Tür, oder? Hast du gleich eine Healing Station? Dann ist außen! Dann ist draußen! Dann ist draußen! Oh, ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Okay, warte. Gibst du mir Röckendecker? Ja, sicher. Okay. Du fliegst jetzt! Oh, Mann! Mann, Mann! Warte, ich halte mich auch kurz voll. Okay! Ah, auf! Schnell, schnell, schnell! Ich bin die Leiterhunde gefallen und hab nur mal fünf Leben. Also, Jan lebt immer noch. Nur so als Info. Mir? Wieso kann man mir nicht vertrauen? Was? Wegen jetzt? Mir? Na doch! Dir schon! Okay! Ich hab Jan getötet! Ist er tot? Nein, das war ich! Du hast ja nichts gesagt, deswegen muss ich aber von mich verkommen. Ja, ich war... Ich war auf Jan-Jagd! Okay, du warst... Weil ich ihn nicht ersehen habe, weil er tot ist! Okay, Jan ist tot! Also, Magnus ist safe! Magnus ist safe! Feuerherz Schiri! Feuerherzschiri! Ich bin halt auch low gegangen, weil ich ja nicht erwartet hab... Mann, ich kriege auch keinen Kill hier, ne? Magnus ist... Du hast genug Leben, ne? Ja, ich... Schiri ist hurt! Ja, Schiri! Auch falsch an! Hier ist eine Leiche! Ja, hier liegt doch eine Leiche! Du bist leider nicht! Feuerherz! Die liegt hier! Ja, bei der Treppe die ganze Zeit! Okay! Nein! Die Treppe bin ich nur anders! Weil für mich Proof nach dem Dampf, den einen Tee gemacht hat, ich mit Magnus auf den anderen! Warte! Ich werde auch nahezu tot, ne? Ach, schade! Vielleicht ich wollte gerade runterspringen, Magnus, und Jan einfach von hinten machen! Ich weiß! Jedes war fällt! Ich dachte doch eigentlich, dass er sich nur versteckt hat! Jedes war fällt! Deswegen hab ich nichts gesagt! Das ist ein bisschen unangenehm! Du kannst nicht um das Haus rumlaufen! Ja! Ja! Ich weiß! Das ist mega ärgerlich! Das hat mich auch eben schon geärgert! Ich könnte halt zur Seite hin verschwinden, aber da ist halt ne unsichtbare Wanns! Ach, Mann! So, Jan, wo ist es? Lass mal unser Spiel spielen! Wie das Spiel mit dem Cockatals! Cockatack! 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 Wollte ich was machen? Der Aufnahmesession ist live traumatisiert von mir! Ja, ja! Oh, das wäre nicht die Erste! Oh, wer ist da? Yoshi? Yoshi? Yoshi, verfolg mich mit der Arme! Alter! Schreck! Ach, Mann! Ach, jan! Danke! Komm mal hier! Wo bist du? 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 Wo bist du?! Wo ist du?! Ah! Hi! Ne! Willst du mich wieder töten? Nein! Nein! So was würde ich nie tun! Das ist kombo! Ja, live schießt auf mich! Na, Spaß! Ja, das ist kombo! Ja, hallo, Feuerherz! Äh, ja, Feuerherz will ich. Feuerherz, kleiner Tipp, so hält man Katzen nicht. Sicher? Nein, die hält man nur am Kopf. Achso, okay. Ja, okay. Ja, das ist wichtig. Achso, okay. Äh, holy hell. Oh, mein Gott. Wie geil die Aussage. Holy shit, auf ne Heilige. Allein? Nein, ich war das nicht. Ich war das wirklich nicht. Ich hab gerade Feuerherzkopf hören. Moller könnte es gewesen sein. Nee, das war nicht. Moller stand halt hier rum ohne Leichen. Ja, ich läuft ja. Aber ist da... Nee, da ist... Für mich ist es tatsächlich Moller schon fast safe. Jaja, Moller war ja auch mit drin. Feuerherz ist ja nicht, dass ich's bin. Ich hau mal hier ab, das ist mir ein bisschen zu risky. Ich hab meine Spekulation eher auf Jan. Was ist Spekulatius? Hä, wieso sollte ich hier sein? Ich glaube es ist Jan, ist Jan! Jan? Nein. Ich hab Moller gemacht, ich hab Moller gemacht, weil er Jan gemacht hat. War Jan stand? Inno. Beide Inno. Beide Inno. Beide Inno. Schiri ist es. Hä? Hä? Wirklich? Ist das... Ja! Nein, Feuer! Nein, Dumpst! Oh Mann! Jan! Oh Mann! Ja, tut mir leid. Meine Harpone! Aber nur weil ich da stehe, heißt es nicht, dass ich's war. Nein, ich dachte ich hätte Schiri erst hinlaufen sehen. Dann wärst du halt tatsächlich der Einzige gewesen, der nach einer Holi nicht bestand er. Aber Jan hat uns auch gut geholfen, also. Ich hätte nicht mal dran gedacht, dass es die Holy Head Granite gibt. Vor allem das geilste ist, die beiden haben sich halt gebattelt direkt vor meiner Fresse und ich konnte sie einfach mitnehmen. Ich hätte gerne die da. Die da. Die hab ich noch nie gespielt. Was ist die da? Die da am Eingang steht? Oder die da? Ich sag's jetzt übrigens schon mal vorher, ich werde jetzt gleich eine Sekunde rumstehen, weil ich kurz was machen muss. Ist okay. Plasma! Ich geh auch in den T-Shop, kurze Sekunde, okay? Ja, ich bin auch kurz in den T-Shop. Aber nicht töten, ne? Ist klar. Ja, ja, okay. Vielleicht vielleicht nicht. Also, Dumps ist konfirm T, ne? Also, kann er mal loslegen. Dumps Magnus, Dumps Magnus. Dumps Magnus. Ich hab gehört, Markus ist okay. Okay, das ist mein Herz. Hello. Hello. Dumps Magnus. Dumps, wie lange ich nach dem scheiß T-Symbol suchen musste, um zu sehen, wo du bist, damit ich die Holy nicht in deine Fresse werfe, ne? Du warst irgendwo unten im Keller und ich so, wo ist der denn? Der ist doch nicht tot. Drück auf Tab. Who is who? I can't seem to remember. Kann sein, dass... Ach, man sieht die Namen nicht mehr. Ach du Scheiße! Nein! Warte, wer ist random? Wer ist random? Ja, super. Jan hat random Art aktiviert. Wer macht denn sowas? Wer bist du? Warte, das ist Alive. Ich hab Alive gesehen. Alive, 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 Alive. Ich bleib jetzt mal Alive. Mag man sich ja beahnt? Ja, wenn du das mit der Rifle bist, ja. Alive, 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 Alive. Rifle, 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 Rifle. Der hier, der hier. Hinter dir steht jemand, Josh. Der hier? Das ist ein bisschen voll. Jan, ich drehe mal ne Runde. Ich hab grad das Ding hier dran gespielt. Wer bist du da mit dem Sniper? Galil, nein, ich... Wer ist hier grad bei den Waffen? Wer bist du hier? Wer bist du hier? Wer ist das schwer? Wer ist das schwer? Wer bist du? Wer ist da? Ich bin es. Du bist es. Wer ist hier? Wer ist hier mit der Rifle? Wer ist das denn? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Das bin ich. Achso, okay, danke. Wer ist ich? Ich kann die Namen noch nicht unterscheiden. Weil du über das Schwert gelaufen bist. Vorsicht. Sag mal, können die Tees sich untereinander sehen? Können das Tees im Boot, glaub ich, sehen. Aber nicht den Arm. Ich seh den, ja. Ich seh Josh, ja. Ich kann Josh sehen. Dams, wir machen jetzt die zweite geile Runde, ne? Halleluja. Ich hab extra ne Fake Body hingelegt. Ich dachte erst, du identifizierst die letzte Runde. Oh, Mala, okay. Achso, ich hab's halt nicht gesehen. Weil, keine Ahnung wo. Nein. Ah. Ah. Hallo, wer ist da? Ah, Dams. Spongebob, Spongebob, Spongebob. Spongebob, Spongebob, Spongebob. Einfach nur noch anhand der Bilder sagen, wer wer ist. Stimmt, ja. Oh, ja. Verknüßt, das war wohl nix. Wo ist Jan? Jan, Jan ist, Jan ist. Wow. Licht? Licht? Echt? Ach, Jan ist denn der Sniper, okay. Warte, das ist Josh, okay. Okay, Marc, also, okay, das ist ja gut. Okay. Agnu. Ja, bitte. Hallo. Hallo, Willein. Komm mit in die ZDF Chill-Out-Lounge. Wer ist das mit der Hände? Nein, danke. Okay, dann nicht in die ZDF Chill-Out-Lounge. Ich bleib jetzt in der ZDF Chill-Out-Lounge. Wenn ich offen auf ZDF sage, bekomm ich bestimmt irgendwann Geld. Wahrscheinlich eher eine Klage. Ah, ist mir egal. Tees, haut mal rein. Die Zeit ist gleich knapp. Hey, Webster. Magnus. Okay. Okay. Achso, okay, warte. Ja. Ey, ist es schon wieder wirklich, wenn ich das sag? Ey, gut. Ich hab grad gegen die Decke geschossen. Das war ich, ich hab gegen die Decke geschossen. Aber warum ist dann Blut rausgekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Wer ist das hier gerade? Ist das hier gerade? Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Du? Warte mal. Also, ich steh jetzt gerade vor irgendwem. Ich steh jetzt hier gerade auf einem Aua. Ich hab grad jemanden erschossen. Ja, glaub ich, jemanden. Wir waren da. Feuerherz. Feuerherz war's. Als ob. Wie schnell die Runde jetzt ging. War das jetzt auf einmal? Okay, dann live den Abbot. Das war's, Leute. Schaut unbedingt bei den anderen vorbei. Die machen auch super tolle Videos. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal bei einer Runde TTT. Ciao. Ciao. Tschüss.